Ich wollte schon immer wissen, Leute, Mom, Dad, Ex, BFF, Enemy von Disney. Wer ist meine Mom und wer ist mein Dad? Mein Dad ist, oder meine Mom, oh mein Gott, nein, wie gut. Jetzt muss ich, aber ich kann nicht in dieser Sprache sprechen. Der ist von Frozen, der Bösewicht, ne? Oh no. Egal, seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Seinen Ex hingegen kann man sich aussuchen. Okay, süß. BFF, die kann man sich auch aussuchen. Oh mein Gott, das wird schlimmer. Und mein Enemy, oh mein Gott. Alter, das kann man echt niemandem erzählen, oder? Alter, das einzige Gute ist mein Dad. Also der Dad, nicht der Dad. Und die BFF, das verstehe ich bis heute nicht. Äh, oh no.